Weins war ziemlich stressig, mit wenig Schlaf. Wir müssen runter zum Pier, dann müssen wir das Ding holen, dann müssen wir ins Cottage, dann müssen wir das andere Ding holen. Wir müssen das Ding holen, dann müssen wir das Ding holen, dann müssen wir das Ding holen. Wir müssen das Ding holen, dann müssen wir das Ding holen. Wir müssen das Ding holen. Wir müssen das Ding holen. Wir müssen das Ding holen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Any Location, Showline, Punisher Part für Any Location, ja, den habe ich niedergestreckt. Der hat das Zeitliche gesegnet. Nur dumm, dass er mir hier die Blase auf den Hals setzt. Ob da noch ein anderer Spieler war? Zribeck, grüß dich. Okay. 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 die sich schon gelobt die sich schon gelobt Es kam mir so vor, als hätte ich irgendwas gehört. Meine Makazine. Gut. Es gibt doch was gehört. Jetzt zählen Skeps auch, dann vier. Leider nicht, sonst wären es jetzt schon sechs. Na ja, dann können wir jetzt das Ding abholen da oben und dann rennen wir zum Cottage. Meine Geselle hat aber auch nicht mehr so viel, so das dicke Leben. Schade, jetzt habe ich schon meine ganze PP Munition verballert. Die werden geschröpft. Ne, die muss ich auflassen. Okay, 24. Ansehen. Ansehen. 26. Ansehen. 25. Ansehen. 22. 22. 24. 23. 22. 23. 24. 25. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ein paar Granaten gönne ich noch gebrauchen oder SJ6 auch nicht schlecht. 37,8 Kilo. 38,8 Kilo. 39,8 Kilo. 40,8 Kilo. 40,8 Kilo. 40,8 Kilo. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt 6, ja. Uiuiuiui. Ich kann es drehen, wenn ich es will. Geil. Das Spiel liebt mich. Mann, ich soll es drennen, Alter. Rennen. Yes. Das Spiel liebt mich niemals. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Guten Abend. Achso, den einen habe ich ja gar nicht gelootet, den ich erschossen habe. Da oben den ersten. Hm. Okay. 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 Was haben wir bezahlt? 60.000 oder 40, ich weiß es gar nicht mehr. Okay. 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 So. So. Wie bist du? So klein war der doch gar nicht, Alter. Jetzt geht die Sucherei nach dem Rucksack. Okay. 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 was habt ihr schönes gemacht am wochenende männer der samstag war ja wirklich richtig geil aber da hatte ich ja bis 15 uhr kurz nach 15 uhr schulung und schießen und dann war ich ungefähr so xp sport und auf jagd drei sauen erlegt wahnsinniger drei die mussten weg nur war doch mal nicht so schlecht jetzt der rät kann ich mal mich nicht so beklagen wie der erste auf factory da war ja richtig beschissen drei spieler sechs gefs es kommen und und Bis zum nächsten Mal.